Das ist nicht ganz einfach zu fixieren und ich möchte die Antwort gerne auf drei Pfeiler stellen. Erstens, wir müssen uns anschauen, wo sind die Franchise-Aktivitäten am ausgeprägtesten. Und da stellen wir fest, etwa 50% aller tätigen Franchise-Systeme sind dem Dienstleistungssektor zuzuordnen, gefolgt von Franchise-Systemen im Einzelhandel. Das sind etwa 26, 27%. Die Zahlen sind nicht ganz präzise. Sehr beständig im Laufe der Jahre ist die Systemgastronomie. Die bewegt sich zwischen 10 und 12%. Und die restlichen Franchise-Systeme sind dem Handwerk zuzuordnen. Ich denke, das gibt einen ersten Blick, wo das Franchising sich besonders entwickelt hat und etabliert hat. Ein Wort zum Handwerk. Wir würden uns ja alle als Kunden wünschen, qualifizierte und verlässliche Handwerker zu haben. Als Kunde leider ist natürlich durch die Handwerksordnung die Möglichkeit eingeschränkt, Franchise zu entwickeln. Stichwort Meisterbrief. Es gibt halt spezielle Regularien. Zudem stelle ich immer fest, dass das Handwerk insgesamt sehr konservativ denkt. Daher ist dieser Bereich etwas unterentwickelt. Aber die Handwerkssysteme, die tätig sind, sind dann auch erfolgreich. Die zweite Erkenntnis. Wir müssen uns vor Augen führen, über welche Systeme reden wir. Von den etwa 1000 Franchise-Systemen, die wir in Deutschland kennen, zählt ein gewisser Teil zu den sogenannten Etablierten. Das sind Systeme, die seit 20 und mehr Jahren einen sehr guten Job machen, eine gewisse Größe erreicht haben. Wir haben dann ein großes Mittelfeld von Franchise-Systemen, die durchaus solide sind, aber noch nicht diese lange Historie haben. Von denen können wir in den nächsten Jahren einiges erwarten. Das geht im Übrigen durch alle Branchen. Und wir haben drittens natürlich Newcomer, neue Systeme, von denen wir noch gar nicht abschließend sagen können, wie erfolgreich sie in den nächsten Jahren sein werden. Hier besonders das Gesundheitswesen in allen Facetten, von der klassischen Arztpraxis bis hin zu Wellness-Konzepten oder Konzepten, die halt so die Grenze zwischen Tourismus und Wellness haben. In all diesen Bereichen ist Franchise erfolgreich. Drittens, allen gemeinsam, egal welcher Größe oder welchen Entwicklungsstandes ein System ist. Es ist immer ein Kern, die Nachfrage muss langfristig sein. Ein Franchise-System kann nicht davon leben, dass es auf einen kurzfristigen Trend aufspringt. Es ist immer erfolgreich, wenn das Verhaltensmuster der Kunden, die Beweggründe der Kunden und auch die Kräfte am Markt, also wie funktioniert der Mitbewerb, bekannt sind. Wenn es dann noch Alleinstellungsmerkmale gibt, wo der Kunde sagt, genau bei diesem Franchise-System möchte ich Kunde sein, dann steht dem Erfolg eigentlich nichts im Wege. Das sehen wir Jahr für Jahr.